Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll heute. Das sind voll aus der Übung, ne? Nein, das ist einfach so viel Neues. Wo man anfangen soll. Achso. Du bist jetzt nicht hier, dann hast du hier gelatscht, ne? Du hast das gehalten. Guten Morgen, meine Lieben. Wir sind wieder da. Ja, alte Location, super tolle neue Ware. Wir haben so viele neue schöne Sachen. Wir haben wunderschöne Fenster für euch gemacht. Wer gestern Nachmittag schon unterwegs war, hat es vielleicht schon gesehen und hat gedacht, hä, was sind das denn jetzt für Farben? Ja, der Herbst überrascht uns. Und zwar gibt es super, super tolle neue Farben. Und Farben, die wir einfach nicht loswerden wollen. Ihr habt im Sommer euch so über unsere tollen Knallfarben gefreut. Und wisst ihr was? Der Herbst geht so weiter. Voll witzig. Und zwar ist die Farbe des Herbstes das Orange. Ich habe hier eine wunderschöne, ganz tolle, kuschelige Strickjacke, vorne kürzer, hinten ein bisschen länger geschnitten, mit den dicken Knöpfen dran. Ein super Teil, was man jetzt auch schon, was ihr jetzt auch schon einfach drüberziehen könnt. Und sogar über unsere Sommertops. Die passen farblich perfekt dazu. Denn Orange ist dieses Jahr die Farbe. Wahrscheinlich, weil es im Herbst den Kürbis gibt, dann passt es natürlich auch wieder. Und auch das Pink ist nicht wegzudenken. Und siehe, gucke mal da, schaut mal unsere tollen Magic Pearls. Die passen natürlich auch wieder dazu. Also, ich habe sie hier extra nochmal hingestellt. Die sind einfach nicht mehr wegzudenken. Die werden uns erhalten bleiben. Wir finden sie alle super toll. Und das ist der Krarrer schlechthin. Und sie leuchten und funkeln in allen Möglichkeiten. Und die, die schon welche zu Hause haben, die sagen, jo, immer wirst du angesprochen, wenn du die oben hast. Die sind wirklich klasse. Also hier unsere super tolle, schöne Jacke. Die gibt es tatsächlich auch in der nächsten Farbe, die dieses Jahr im Herbst ganz in ist. Deshalb habe ich auch mein Sommerkleid heute einfach nochmal angezogen, weil es genau wieder damit hineinpasst. Und zwar das schöne Grün. Und das ist auch eine Farbe, die diesen Herbst uns richtig schön und oft und häufig überall begleitet. Wir haben im Fenster auch einen schönen tollen Blazer schon auf unsere schicken Tuniken. Und ihr habt es schon gesehen. Guckt mal, was wir haben. Es gibt jetzt auch Ketten. Es ist leider gerade die letzte. Ich hoffe, die neuen Ketten kommen schon bald. Also die sind richtig krachermäßig und sind natürlich wunderschön zu diesen schönen, leichten Tuniken in den tollen neuen Farben. Und das ist einfach so ein absolutes Must-Have. Natürlich gibt es die Strickjacke auch noch in anderen Farben. Wie ihr wisst, ich kann mich immer nicht entscheiden, dass du hier tun in diesem tollen, ja, Aquaton hier und nochmal in so einem kleinen Olivton. Oder auch, wer sagt, ach, ich bin aber gar nicht so knallig von den Farben. Der darf natürlich auch gern in Rosé oder in dem Beige bleiben. Und kann auch super so schön kombinieren. Oder wer lieber das graue Mäuslein ist oder sagt, ach, grau ist eigentlich immer ganz schön für den Herz. Der kann auch grau tragen. Und in diesem Jahr gibt es so wunderschöne Strickjacken. Strickjacken in allen Ausführungen. Ich denke, die wissen alle, dass wir uns dieses Jahr ganz dick einnudeln müssen. Ich habe euch hier nochmal so ein tolles Teil. Loch an Loch und hell doch, habe ich schon mal gezeigt. Ist aber, also schon mal gesagt, Loch an Loch. Aber einfach wieder eine tolle Strickjacke. Richtig cool, ganz grob gestrickt, ganz lässig. Hier habe ich auch nochmal unser tolles Top drunter vom Sommer. Weil man einfach im Moment noch so ein bisschen Zwiebel-Look vertragen kann. Morgens ist es schon fröhlich mal kalt und abends wird es auch schon ein bisschen frisch. Und zwischendurch haben wir nochmal wieder 27 Grad. Dann reicht so ein Top vollkommen aus. Also seid ihr mit so einer Strickjacke immer bestens bedient. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, das ist ja wieder eine normale Farbe, ne? Die Strickjacke gibt es auch nochmal ganz cool hier auch in diesen tollen Blautönen. Und da habe ich euch auch nochmal diese Aqua Pearls, äh, diese Aqua Pearls. Auch die Magic Pearls in den richtigen Farben dazu gepackt. Könnt ihr hier an meinem Arm direkt noch bewundern. Ich könnte auch so damit gehen. Also das sind so richtige Hinguckerfarben, so richtig schöne Kracher. Die könnt ihr zur Jeans tragen. Die könnt ihr mit Weiß im Moment noch gut retten. Du hast gar nicht gezeigt, was da drunter war? Da drunter? Achso, ja, da drunter. Den liebe ich nämlich morgens im Moment. Ja, ein ganz toller Pulli, der sich schon Pulli schimpft, aber der richtig schön lässig ist und noch nicht so ganz so dick ist. Aber so ein tolles Teil einfach unter so einer Strickjacke. Für diesen Zwiebellook einfach eine perfekte Geschichte. Haben wir in grün und in diesem tollen Blau. Also richtig, 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 richtig schön. Und das Ganze könnt ihr super toll tragen. So, haltet euch fest. Sie ist wieder da. Ich bin froh, dass sie wieder da ist. Es gibt sie in ganz, ganz vielen Farben. Und sie ist nicht teurer geworden. Wir haben ja Mode aus Italien und die scheint nicht teurer geworden zu sein. Gott sei Dank. Da haben wir gekauft. Und zwar eine super bequeme Jogpants mit Galongstreifen. Die ist absolut straßentauglich. Ein super bequemes Teil. Hinten nochmal mit einer ganz coolen Tasche auf dem Po. Eine sogenannte Sakko-Tasche. Die haben, oder Sakko, nennt man das Sakko bei den Herren. Die haben so diese angedeuteten Anzugtaschen. Also richtig stylisch. Es kommt diese Jogpants daher. Ist in einer tollen Jersey-Ware. Super bequem. Ich hatte hier noch zwei in weiß. Ich glaube, jetzt ist es... Ja, die letzte habe ich gestern verkauft. Genau. Und das waren die vom Sommer. Und jeder, der die einen hat, hat gesagt, wie cool ist denn diese Rose, bitte. Ja, und die gibt es jetzt. In orange. In gelb. In grün. In pink. In oliv. In grau. In stein. In Schoko. In Schoko in... Was weiß ich. Es müsst ihr euch angucken. Kannst jetzt hier nicht zeigen. Es würde den Rahmen heute sprengen. Da hat die Kamerafrau heute sowieso schon ganz große Bedenken. Ich kann euch wirklich heute nur ein Teil zeigen. Weil das, was ich euch eigentlich zeigen müsste, passt gar nicht in ein Video. Dann sind wir heute Abend noch dabei. So viele tolle neue Sachen sind da. Es lohnt sich wirklich vorbeizukommen. Aber ich zeige euch jetzt mal coole, stylische Sachen, die ihr auch zu diesen Jobfans tragen könnt. Was das jetzt hier hoffentlich gerade halten ist von der Farbe. Ich hoffe es jetzt mal gerade so. Ich habe es dazu gehängt. Was nämlich in diesem Herbst auch ganz aktuell ist, sind diese coolen Jeanshemden. Die sind so ein bisschen steinf. Hier unten sind sie schön ausgefranzt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. So ein bisschen ausgenudelt. So ein bisschen fanselig. Und die haben hier auch diese Destroyed-Geschichten wie die Jeanshosen sonst immer. Hier kann man normalerweise nicht stecken. Aber die sind alle so ein bisschen kaputt gemacht und so ein bisschen cool. Haben auf der anderen Seite aber natürlich auch eine tolle Stickerei. Und nicht nur vorne, sondern auch hinten drauf. Das ist also so ein richtiger Kracher im Moment. Die sind richtig, richtig stylisch in diesem Herbst. Und da drunter habe ich hier mal eine tolle Bluse. Auch eine, die ihr jetzt direkt sofort anziehen könnt. Der eine oder andere hat sie vielleicht sogar schon im Schrank. Eine tolle Crash-Bluse. Schöner Ausschnitt. Kleine Knopfleiste. Mit einem Dreiviertelarm. Und hier ist sie nochmal aufgekrempelt zum Halbarm. Das ist auch schon toll in den Herbstfarben. Gibt es in super schönen Farben. Ich kann ihn gar nicht. Irgendwie bin ich hier ganz verpult gerade. Also da gibt es ganz tolle Farben. So von der Jacke übrigens, sage ich gleich. Der hängt ja mal ganz andere. Ich bin schon mal... Biolifern am Rand. Wir haben mich extra an die Seite gegeben. Wir waren doch schon vorbereitet. Gibt nämlich auch nochmal die Jacke in grün. Mit der tollen Bluse nochmal im Grunde darunter. Und die hat hellblaue Stickereiten hinten drauf. Und darunter habe ich hier auch nochmal wieder eine coole Jobfans. Wer jetzt sagt, also so in dieser Jersey-Ware, das ist mir jetzt nicht so schick genug. Oder nicht straßentauglich genug. Obwohl es straßentauglich ist durch den Galonstreifen. Habe ich hier aber auch nochmal eine in so einer Canvas-Ware. Also die gibt es auch in sämtlichen Farben. Und die ist mega bequem. Ich habe die, glaube ich, jetzt in drei Farben und fast jeden Tag an. Einfach nicht mehr wegzudenken. Die ist wirklich sowas von cool. Und die passt zu diesen lässigen Looks und zu diesen schönen, richtig tollen Jeans-Brusen. Hier ist nämlich nochmal eine. Und diese ist sogar mit Gold. Ich habe es euch extra nochmal in schwarz gezeigt. Denn die anderen beiden hängen hinter mir oben. Da habe ich auch einfach jetzt unser tolles Top nochmal drunter kombiniert. Hier jetzt auch. Da ist auch dieses schwarze Fransen-Top nochmal da drunter. Kann man jetzt überhaupt nicht sehen, schwarz auf schwarz. Kann man das überhaupt nicht so schwarz auf schwarz. Kann man nicht so sehen. Ja. Hier einfach drunter. Also auch so, wer so ein bisschen auf ein bisschen Glitzer steht, der kann natürlich diese coole Bluse, dieses Hemd, dieses Jeans-Hemd, auch einfach so mit dem Gold ausziehen. Also diese Drucke sind wirklich, das sind so die It-Pieces, die man einfach haben muss. So. Und dann habe ich hier dieses Kleid an. Das kennt ihr, oder für mich diese Ware kennt ihr. Da hatten wir im Sommer ganz tolle, lässige Hemd-Blusen. So Oversized-Hemden. Und die gibt es jetzt in den neuen Herbstfarben. Die gibt es hier in dem tollen Saal bei. Ganz lässig. Passt bis große Größen. Ist aber auch für die kleinen Zarten, die das einfach so lässig tragen, geknotet oder wie auch immer. Das sind diese coolen Muslim-Hemden. Die braucht man einfach. Das ist so ein richtiges Teil. Das musst du im Schrank haben. Das kann man super lässig zeigen zu allen Dingen. Und passt zu allen möglichen. Hier ist es nochmal in dem schönen Cognac. Und hier haben wir es natürlich, logischerweise, auch in diesen Kracherfarben in dem Pink. Und wie gesagt, ihr könnt es immer wieder kombinieren hier mit unseren schönen Magic Curls. Die passen natürlich immer. Und die gibt es auch in den neuen Farben. Und wenn ihr jetzt sagt, kann man natürlich auch ganz lässig im Herbst zum Erntefest übernächste Woche. Oder nächste Woche. Wann haben wir es? Übernächste Woche. Heute ist schon irgendwo hier in der Nachbarschaft, ne? Erntefest. Aber die könnt ihr auch toll mit euren Taschen tragen. Nicht nur mit dem Handy, sondern eben halt auch mit den tollen Verona-Klatsches, die wir natürlich auch in sämtlichen Herbstfarben neu reinbekommen haben. Ich sehe hier gerade dieses tolle Orange. Ich muss es auch mal zeigen. Oh, muss ich da runter schwenken? Ja, oder schwenkt da mal runter. Das sieht jetzt ein bisschen wilder aus. Da haben wir gestern wahrscheinlich ein bisschen sehr gewütet. Denn außer unseren Verona-Klatsches haben wir natürlich auch noch wieder neu unsere tollen Halbmond-Taschen. Oder Halfmoon-Bags, wie man sie auch nennt. Die könnt ihr so Crossback-mäßig tragen. Oder tragt sie über der Schulter, je nachdem wie ihr wollt. Oder tragt sie auf dem Rücken. Und auch da passen natürlich wunderschön unsere tollen Bänder dazu. Sagt ihr bestimmt, okay, Claudia, so Cognac haben wir immer schon mal gehabt. Ja, ich gebe es zu. Ich bin hier jetzt im Moment ein bisschen dezent. Hätten wir das Video am Mittwoch gedreht, hätte ich noch andere Farben gehabt. Ihr seid immer sehr zu schnell. Da komme ich gar nicht hinterher. Da wird es demnächst noch mehr Videos zu geben. Und die werden wir bei jedem Video neu, neuen Farben präsentieren. Sobald wir dann wieder wir haben. Ich komme mir gar nicht so schnell wieder hinterher. Es gibt so tolle neue Sachen in diesem Jahr. Aber das macht immer wieder Spaß und es lohnt sich immer bei uns vorbeizukommen. Und hier haben wir auch tolle neue Gurter. Auch so richtig schöne neue Designs. Auch hier mit diesem Sockenmuster. Fand ich auch total pfiffig. Sockenmuster? Chaos. Ja, nein, nein, nein. Das sind so, wie heißt es denn? Burberry-Muster ist das? Von der Burberry-Socke ist das. Uh. Wow. Ja, deswegen. Das ist wieder Schleichwerbung. Und dann haben wir unsere coolen Armbänder. Diese schönen auch, diese stretchigen Armbänder, die auch so über jeden Arm passen. Also die wirklich immer passen. Die gibt es ja in diesen matten Rosé-Goldtönen und in Gold und in Silber hatten wir sie auch. Silber ist scheinbar gerade wieder weg. Und gibt es jetzt auch in so einem tollen Schokobraun. Also richtig cool zu unseren ganzen tollen Sachen passen. Hier haben wir auch die Magic Pearls zum Beispiel jetzt in... Nein? Nein, das wird ganz super. Ich nehme einen neuen Sweat nochmal. Haben wir natürlich auch in dem tollen Braun. Und gibt es auch zum Beispiel hier in lila. Perfekt passig zu unseren Blusen. Und also ihr seht, es ist einfach immer wieder irgendwas tolles, neues dabei. Wir haben neue Größen, wer das noch nicht mitbekommen hat. Bitte? Die neuen Größen, das ist alles über den Sommer passiert und keiner hat es hier auf jeden Fall mitbekommen. Ja, wir haben auch neue Größen jetzt. Da sind drei Perlen mehr dran für die etwas zarteren Handgelenke, sagen wir mal so. Für die Bonus-Material-Handgelenke haben wir auch tatsächlich etwas größere. Die fallen dann noch so ein bisschen lästiger und wackeln dann auch schön rum. Und bewegen sich auch, sind dadurch ganz so klein. Hier haben wir noch neue Farben in Perlmutt. Und das ist Silber. Und dies ist Perlmutt. Und, ach, kommt einfach vorbei. Guckt es euch an. Es gibt wunderschöne neue Sachen. Wisst ihr was? Ich freue mich auf euch. Kommt vorbei und guckt euch das schön an, bevor ich hier alles ruiniert habe und alles runtergeschmissen habe. Ich freue mich auf euch. Einen schönen Sonntag. Wir sehen uns. Tschaui! Tschaui!